Er ist ein Tausendsasser Jan-Josef Liefers, gestern exklusiv vor 170 hr3-Hörern beim hr3-Ganznah-Konzert mit seiner Band Radio Doria. Seit 15 Jahren steht der Dresdner auch auf der Musikbühne. Wir treffen den charismatischen Künstler zum Interview. Und schnell wird klar, Jan-Josef Liefers ist ein Arbeitstier. Er verrät uns, am kreativsten ist er nachts. Niemand erwartet von dir, dass du nachts irgendwas Großheitiges noch erledigst. Und deswegen ist das so eine Zeit, die am ehesten, finde ich, geeignet ist für Gitarre spielen, für Texte schreiben und solche Sachen. Und was sagt dann Ihre Frau dazu, wenn sie nachts Gitarre spielen und Texte schreibt? Macht die da mit? Ja, da geht's ja auch so. Wir sind beides Nachtmenschen, muss ich sagen. Wir passen nicht so richtig zu unseren beiden kleinen Kindern, weil die müssen morgens in die Schule und für uns ist die Nacht um 6.30 Uhr spätestens auch vorbei. Aber das hindert uns nicht daran. Also deswegen gehen wir nicht abends um 10 ins Bett. Jan-Josef Liefers Zeit seines Lebens steht er auf der Bühne. Seine Paraderolle, Professor Börne im Tatort Münster. Siehst du diese Signorina da? Da drüben? Ja. Wie geklärt. Pütz hat in der Nacht Nagenkrämpfen vorgetäuscht. Doch Liefers ist weit mehr als nur Schauspieler. Er ist Autor, Regisseur und eben Sänger. Zusammen mit seiner Frau, Schauspielerin und Sängerin Anna Lotz, hat er zwei gemeinsame Kinder. Neben Job also auch noch Family. Doch in all dem Trubel findet er auch Zeit für Privates. Uns verrät er, wie er seinen 50. Geburtstag vor einem Monat gefeiert hat. Ich hatte eine ganz tolle Geburtstagsfeier. Hat Anna organisiert, meine Frau, auch mit mir zusammen. Wir haben es beide gemacht. Und ich habe ja mitten im Urlaub Geburtstag, die meisten Leute sind dann weg und es waren aber trotzdem irre viele da. Es gab Musik, Livemusik, wir haben Musik gemacht, andere haben Musik gemacht. Es gab für die überraschendsten Beiträge von Leuten, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass die sowas da drauf haben. War ein ganz toller Tag. Und der Tausendsasser steckt voller Überraschung. Nicht nur privat, sondern auch beruflich. Und ich habe mal gehört, Sie wollten auch Gynäkologe werden. Ja, das wollte ich, das habe ich nicht gemacht. Das war in zwei Jahren nicht zu machen. Und Tischler konnte man in zwei Jahren werden. Und ich brauchte ja einfach damals nur einen Beruf, um an die Schauspielschule gehen zu können. Die abgeschlossene Ausbildung wäre nämlich die Eintrittskarte für die Schauspielschule. Den Job als Frauenarzt hätte Liefers bestimmt aber auch gut gemeistert. Doch vor der Kamera sehen ihn seine Fans trotzdem lieber. Übrigens, das gestrige hr3-Ganznah-Konzert war nicht sein letzter Besuch in Frankfurt. Am 23. September kommt er mit seiner Band in die Batschkapp. Und auf das hessische Wiedersehen freut er sich jetzt schon. Ich habe ja schon mir den Mund vor sich geredet, wie ich Appleboy mag und wie ich das alles essen will und in Hand gehe es mit Musik. Und das will ich alles hier erleben. Uns ist eins auf jeden Fall jetzt schon klar. Es gibt im Grunde nichts, was der 50-Jährige nicht kann. Jan-Josef Liefers, er ist ein Tausendsasser und ein Unikat, auch auf der Musikbühne. 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 Musikbühne.